Die Fehler der Vergangenheit gut machen, den Euro retten, die Europäische Union stärken. So was hören wir jetzt Tag für Tag. Aber was konkret auf dem Tisch liegt, ist ein gesetzlich vorgeschriebener Abbau des Wohlfahrtsstaates. Was wir brauchen, ist ein völlig neues Projekt für ein soziales Europa, in dem der Mensch an die erste Stelle kommt. Wir müssen die Euro retten, um unsere Wohlfahrt zu verzehren. Wohlfahrt ist nun verzehend durch die Maßnahmen, um die Euro zu retten. Wohlfahrt ist nicht die Millionen Menschen in Spanien, Italië, Irland und Griekenland, die dadurch einen Job haben, um eine viel lagere Ausbildung zu bekommen, um pensioenrechten zu verloren sind und so mehr. Was ist das nun? Das ist ein enormes Leugen. Also, wenn ich Menschen höre, die sagen, die EU jetzt die Möglichkeit haben, um stärker zu werden, um sich zu verdiepen, und was weiß ich schon, dann geht das eigentlich über das Perfectionieren von der Idee von der EU als eine freie Marktumgebung. Die crisis wird nun aangegrepen durch ein paar Aktoren in der Politik und in den resten der Welt, mit name in der Zakenwelt, um die Gesellschaft zu herscheppen. Was ist passiert ist eine Silent Revolution, eine Silent Revolution in terms of eine stärkere Ökonomische Governance, bei kleinen Schritts. Die Mitgliedstaaten haben, ich hoffe, sie verstehen, genau, aber sie haben sehr wichtiges Wohlfahrt der Europäische Institutionen, um die Surveillance zu verzehren. Economic Governance ist jetzt in aller Munde. Dank allerlei Haushaltsverträge werden Einsparungen jetzt dauerhaft. Droika für alle. Das ist die Austerität, die ist institutionalisierte. Wir wollen in den Schmerzen eine politische Gouvernemental-Politik prüfen, dass sie völlig ineffizierabhängig war, sogar komplett destructivierabhängig von einem sozialen und ökonomischen Blick. Wir haben also die Frage, warum wir weitergehen? Und wer profitiert? Wenn man sich die politiken, die in den letzten 30 Jahren verwendet hat, haben sie systematisch gefordert, die 1% von der minoritäre Klasse, von der Kapitalistische Klasse, vor allem der Mehrheit der Bevölkerung. Die stap gewoon over en zegt nee, 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 we moeten nu nog meer Europa hebben. En meer nog, dat nieuwe, sterkere Europa zou exact hetzelfde doen, alleen deze keer met meer bevoegdheden. Dat is wat Barroso een silent revolution noemt. Een soort stille staatsgreep, omdat volgens sommige Europa alleen maar kan overleven als een sterke, autoritaire, concurrentiële staat die de wereldslag kan winnen met de VS, met Japan en met de opkomende landen. En als dat betekent dat in die filosofie heel Europa tot een ruïne moet herschapen, dan zal men heel Europa tot een concurrentiële ruïne herschapen. Dat is de filosofie die ons tot die crisis heeft gebracht en die de toekomst van Europa zal hypothekeren als ze niet gebroken wordt met een alternatief project. Europa gehört ons. Maar in de kriese wurde schmerzlich klar, dat dit project van grote financiële en industriele kreften gekapert wordt. Is dat echt Europa dat we willen? Als we Europa terugeroberen willen, müssen ook wij deze historische ogenblik nutzen. We hebben een heel breed democratisch debat nodig over een maatschappijdebat. Willen wij een Europa van concurrentie en ongelijkheid of willen wij een Europa van gelijkheid en solidariteit? Willen wij een Europa waar iedereen een toekomst kan uitbouwen? Waarin dat de behoefte van de bevolking de belangrijkste motor is van de economie en niet het maximale winstreven. En waar dat die sectoren, die systemisch schragend zijn, die ondersteunend zijn voor de samenleving, die too big too fail zijn, dat die in collectieve publieke handen zijn. Dat is een soort socialisme 2.0. Maar wij kunnen daar maar geraken als er radicaal democratische maatregelen zijn die voor zuurstof zorgen en als er een heel breed maatschappijdebat wordt georganiseerd waar iedereen aan kan deelnemen en moet deelnemen. Maar als j wprowadert een kleine politie van deelstapie voor innovatie van deelstapie. De ingin�� seating a binnenkwet starts? Je hoort een klein beetje een postmodernoont was het inwetre gesteende. Het was een invent van een proefschraag. Als we daar meer opkroegd zijn, was het weer een aand van van een plan. Omdat het hier nu bestaat. En we nu hebben we ontwetig de en ontwetigheid wie man politisch macht, in einer anderen Art. Und ich glaube, dass sich das macht. Und dass es sich gradualerweise kommt. Aber es ist, dass sich keine neue Formen von politisch macht, mit einem Bild, in fünf Tagen, in sechs Monaten zu machen. Die Situation wäre ziemlich auszichtbar, wenn es keine Verzettung wäre. Aber das ist nicht das Problem in Europa. Man sieht die Kiemen von eine bestimmte Europese Lente. Allerdings stehen wir für eine Periode der verdiepingen von der Crisis, von enormen conflicten. Je wird ein Konflikt haben zwischen die bezittenden Klasse, das Establishment, die ihre Macht nicht so gut schickt wird. Je wird das mit einer sehr breiten Gruppe von Menschen auf continentale Schaal ermöglichen. Alles was wir verkregen in den letzten 100 Jahren, das ist alles in essentie abgewogen durch die soziale collectiven Aktie. Die Krachtsverhoudungen, die waren opgebouwd, sind durch Strijd. Die Krachtsverhoudungen, das ist die Krachtsverhoudungen, von einer neuen Maatschappijen, dass sie dieses Mal demokratisch gedragen werden. Die Krachtsverhoudungen, diese waren in Angelegen what AAAcional- Daar능�시bungen, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.